Wer wie was? Sie hinterfragen Altbewährtes oder gehen gern ungewöhnliche Wege? Wien Tourismus sucht Ihre Ideen. Ganz gleich, ob Sie in Wien leben, von Ihrem ersten Besuch noch träumen oder schon dutzende Male in Wien zu Besuch waren. Gestalten Sie die Zukunft der Tourismusmetropole aktiv mit. Schicken Sie uns Ihre Idee für Wien 2020, damit unsere Stadt noch attraktiver für Gäste aus aller Welt wird. Teilen Sie Ihre Idee, wohnen und gewinnen Sie unter 2020.wien.info Jetzt oder nie, Ihre Idee für Wien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017